Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Hier und heute mit dem weiteren Fortergehen der Reihe über den John Fitzgerald Kennedy. In der letzten Folge waren wir dann schon immerhin bis zum Wahlkampf gekommen und da stecken wir jetzt mittendrin. Und mittendrin, anstatt nur dabei, ist dann auch der Jörg, der aus Belgien jetzt dazu kommt. Hallo Jörg, moin moin. Ja, moin moin Michael. Danke für die Begrüßung und schön hier wieder zu sein, den elften Teil dieser Serie inzwischen mitzumachen. Und ich bin gespannt, was du heute alles bringst, weil die letzte Sendung fand ich eigentlich eine der stärksten bis jetzt, soweit ich mich erinnern kann, fand ich sehr, sehr gut. Und ich freue mich drauf, wie gesagt, um zu lernen, was du heute alles wieder zusammengetragen hast. Dann lass uns mal anfangen. Prinzipiell machen wir jetzt einfach die tiefe Analyse der Sachen, die wir letztens schon besprochen haben. Nämlich genau das Problem, dass niemand, zumindest in Europa anscheinend, auf der Agenda hat, dass der John F. Kennedy ein großes Problem mit seinem Glauben, während der Präsidentschaftswahlkampf im Jahre 1960 in den Vereinigten Staaten hatte. Natürlich hat der Wahlkampf schon ein bisschen früher angefangen, klar, logisch. Aber wie gesagt, da 59, 60 war halt die Geschichte dazu. Als erster Hinweis und noch eine kleine Vertiefung zum letzten Mal, habe ich noch mal ein Bild mitgebracht zur Erinnerung. Da gibt es ein Video, das heißt Kennedy Special, John F. Kennedy und Herr Papst. Und die Menschen hatten damals eben die nicht unzurechte Befürchtung, dass der Kennedy eben durch den Vatikan herrschen würde in den Vereinigten Staaten von Amerika. Schließlich haben die einiges gemeinsam. Deren Herrschaftsgebäude sieht so ähnlich aus wie das in den Vereinigten Staaten. Und deren Obelisken hier im St. Peters Square, dem St. Petersplatz da, der sieht so ähnlich aus wie das Washington. Man müsste es eigentlich umdrehen, Entschuldigung. Oder Monument, Monument, ja. Ja, du hast das so wunderschön gesagt, dass der Kennedy durch den Vatikan regieren würde. Eigentlich ist es umgekehrt, dass der Vatikan durch den Kennedy regieren würde. Ja, ja, natürlich, aber das ist... Wenn man es richtig versteht. Ich meine, es ist genau andersrum, ne? Ja, 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 ja. Das Problem ist nämlich genau, dass die Amerikaner nicht zu Unrecht befürchtet haben, dass der John F. Kennedy eben viel zu viel römisch-katholischen Einfluss nehmen würde. Denn er wäre ja dann, wenn er gewählt werden würde, der erste römisch-katholische Präsident auf amerikanischem Boden. Gut, dann ist eben genau das geklärt, dass eben wir eine Simularität haben, des Erscheinungsbildes auch. Ich meine, da brauchen wir jetzt nicht noch ein Foto für einzukleben, das fällt mir nur gerade ein. Zwischen dem Capital in Washington, D.C. und zwischen dem Petersdom und zwischen letzten Endes jetzt hier dem Obelisken und halt dem Washington Monument, ne? Genau, so, geht weiter. Und deswegen sagte eben dieses Video letztens schon, dass eben die Menschen damals in den Vereinigten Staaten die Befürchtung nicht nur eben hatten, sondern dass John F. Kennedy auch zerstreuen musste, um eben Präsident zu werden. Und der hat eben gesagt, nö, nö, der wird kein Diktat, also keine Vorschriften des Papstes als Präsident irgendwie entgegennehmen. Weshalb der John F. Kennedy in diesem Interview 12. September 1960 gesagt hat das Folgende, ich bin nicht der katholische Kandidat für die Präsidentschaft. Zu deutsch, ich habe meine eigene Agenda, ich habe mein eigenes Profil. Das ist das, wie er dann nach außen hin sich dargestellt hat, ne? Sieht man auch, der Mann war 43 zu dem Zeitpunkt, deswegen sieht er auch wesentlich fitter aus als so ein, weiß ich nicht, den kann man nehmen als vielleicht Helmut Kohl, ne? Oder wie auch immer, okay. Das ist, wie gesagt, jetzt hier Wiederholung. Ich lasse jetzt einfach mal so ein bisschen durchlaufen, dann kann man sehen, worum es geht. Also, er war auf gewissen Gedenkstätten gewesen und er hat hier auch in diesem Interview ganz oft betont, dass er seine eigene Sichtweise hat. Der spricht überhaupt nicht für die Kirche in öffentlichen Dingen, sondern er hat letzten Endes jetzt hier für sich zwar den katholischen Glauben, aber er ist eben nicht der katholische Kandidat für die Präsidentschaft. Er ist der Kandidat der demokratischen Partei. Also, er sieht sich als Politiker und seinen Glauben soll man ihm bitte lassen, aber auch aus der Politik heraushalten. Das hat er in Interviews oft auch gesagt, dass er für eine Trennung von Kirche und Staat ist. Das muss man dem Herrn Kennedy jetzt so glauben. Das ist eben Wahlkampf erstmal. Und deswegen gehen wir jetzt genau in diese Geschichte rein, dass eben dann verschiedene, interessanterweise ausschließlich kirchliche, wenn wir mal so wollen, Würdenträger ihm Fragen gestellt haben. Also, gar keine reinen Politiker ihm Fragen gestellt haben, sondern eben kirchliche Würdenträger haben ihm Fragen gestellt. Er hat gesagt, ich brauche überhaupt nicht dieses Einverständnis des Vatikans. Nö, ich bin doch dann der gewählte Präsident. Und ich werde das auch nicht dem Vatikan irgendwie vorlegen, dass sie das jetzt irgendwie noch ratifizieren oder gnehmigen müssen. Ich bin der demokratische Präsident. Demos heißt das Volk. Also, er ist der von dem Volk gewählte Präsident. Er kann ja kirchliche Würdenträger haben, aber er würde nicht auf die hören, er würde seine eigene Politik machen. Und da hat dann eben sein Counterpart, ja, sein Gegenpart dann auch gesagt, Mensch, also da wären wir also total überglücklich, wenn wir solch ein Statement, solch eine Aussage von Vatikan hätten. Dass der Vatikan sich eben nicht in die amerikanischen Dinge einmischt. Da gab es auch mal eine Monroe-Doktrine, die genau eben sich verboten hat, dass sich andere Menschen in amerikanische Politik dann da einmischen. So, und das ist jetzt genug, glaube ich, vom letzten Mal. Wir haben da festgestellt, die Leute haben sogar noch gebetet. Vorher öffentlich, aber da startet die Bibel auch etwas zu. Aber wie auch immer, damals war eben das Thema Glaube noch ein ganz, ganz richtig wichtiges. Deswegen fangen wir jetzt eigentlich richtig an mit dem elften Teil. Er hat gesagt, ich bin überhaupt nicht der katholische Kandidat für die Präsidentschaft. Nö, ich bin der demokratische Präsident. Tja, und wie wäre das jetzt in Deutschland? Gibt es da eine Trennung oder gibt es da Gemeinsamkeiten? Ganz kurzer Ausflug in den Vatikan und das Deutsche Reich Konkordat. Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahre 1957 Folgendes geurteilt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 war die Fortgeltung des Reichskonkordats, das heißt des Staatskirchenvertrags, zwischen der römisch-katholischen Kirche auf der einen Seite und dem Deutschen Reich auf der anderen Seite zunächst heftig umstritten. Auch im Alliierten Kontrollrat wurde die Frage debattiert mit dem Ergebnis, dass eine Entscheidung dem deutschen Gesetzgeber überlassen bleiben sollte. Nach Gründung der Bundesrepublik wurde am 01.06.1954 die diplomatischen Beziehungen mit dem Vatikan wieder aufgenommen. Und das ist jetzt bitteschön nur nach außen hin. Das ist nur nach außen hin. Die Bundesregierung vertrat den Standpunkt, dass das Reichskonkordat weiter gelte. Interessant, ist deutsches Reich wohl doch nicht untergegangen. Und binde deshalb auch die Bundesländer. Ich stelle noch mal eben fest, die Bundesrepublik Deutschland ist gegründet worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, während des Zweiten Weltkriegs und vor dem Zweiten Weltkrieg gab es keine wie auch immer geartete Bundesrepublik Deutschland. Und bitte kommt mir jetzt nicht mit den ganzen politischen Einzelheiten. Es geht sich im Augenblick wirklich hier nur über den Staatskirchenvertrag. Aus gutem Grund. Dass man wirklich sieht, dass da letzten Endes sogar noch die Bundesregierung alte Verträge aus dem Deutschen Reich während der Zeit, wo Hitler regiert hat, weiter übernommen hat. Da dachte ich immer, da gibt es so eine Art Entnazifizierung. Aber das ist ja auch von dem Konrad Adenauer aufgehoben worden. Übrigens auch in Katholik. Ein weiteres Urteil des Bundesverfassungsgerichts, also der obersten juristischen Behörde in Deutschland, aus dem Jahre 1957 stellt fest, dass das Konkordat gültig zustande gekommen sei und deshalb auch für die Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 123 Absatz 1 und 2 fortbestehe. Wir sehen, dass es also Gesetze gibt aus dem Deutschen Reich, die nach wie vor Gültigkeit haben. Das ist ja interessant, oder? Gehen wir mal ganz kurz rein, ausnahmsweise. Ich weiß, wir schaffen ja nie die Zeit. GG 123. So. Ja. Ausnahmsweise. Die von Deutschen Reich abgeschlossenen Staatsverträge, die sich auf Gegenstände beziehen, für die nach diesem Grundgesetze die Landesgesetzgebung zuständig ist, bleiben, wenn sie nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen gültig sind und fortgelten, unter Vorbehalt aller Rechte und Einwendungen der Beteiligten in Kraft, bis neue Staatsverträge durch die nach diesem Grundgesetze zuständigen Stellen abgeschlossen werden oder ihre Beendigung aufgrund der ihnen enthaltenen Stimmungen anderweitig erfolgt. Oder auf Deutsch. Dinge, die damals unter der ganz schlimmen Nazi-Zeit und ich meine das nicht despektierlich und auch nicht sarkastisch stehen, in der ganz schlimmen faschistischen Nazi-Zeit golden, gelten, unter Umständen weiterhin, wenn sie nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen gültig sind. Also, wenn das Bundesverfassungsgericht fetzsetzt, dass es eben dann gültig ist, dann bleibt das gültig. Völlig egal, ob das jetzt der Hitler unterschrieben hätte oder irgendjemand. Da kann man doch mal sehen. Hätte man vielleicht doch gar nicht gedacht. Ich weiß nicht, wie viele das wussten, die diese Sendung sehen. Vielleicht auf unseren Kanälen wissen das viele, aber ich glaube, da draußen die Menschen, die lassen sich erstens alles Mögliche erzählen, zweitens interessiert die das gar nicht. Ich habe es jetzt nur benutzt und benannt, damit man wirklich sieht, wie die Vermischung zwischen Kirche und Staat weiter besteht. Auf der einen Seite gibt es angeblich keine diplomatischen Beziehungen mit dem Vatikan, die werden dann wieder aufgenommen. Allerdings, die Konkordate, also die Staatskirchenverträge, die gelten dann weiterhin. Wenn das dann fortbesteht, dann gelten hier Verträge aus dem Dritten Reich. Reichskonkordat und Staatskirchenverträge garantiert Religions- und Kirchenfreiheit, Religionsunterricht und finanzielle Leistungen, zu denen der Staat etwa durch historische Rechtstitel verpflichtet ist, auch wieder so ein brandaktuelles Wort, historische Rechtstitel, die auf die Zeit der Säkularisation zurückgehen. Das heißt, in dem Moment, wo also jetzt der Staat laut Vertrag verpflichtet ist, in die Zahlung einzugehen für einen kirchlichen Würdenträger, wird das nach außen hin mit dem Reichskonkordatsvertrag von 1933 begründet. Das heißt, dafür, dass also beispielsweise die Bischöfe in Deutschland ihr Geld vom deutschen Staat bekommen und nicht von der Kirche, hat den Ursprung in 1933. Also Staatskirchenvertrag. Wer denkt, das hat jetzt irgendwie überhaupt nur etwas mit dem Religionsunterricht oder sonstige Sachen zu tun, hat ja überhaupt nichts mit Politik zu tun. Ich kann jetzt für die Gültigkeit und Richtigkeit des folgenden Plakates nicht garantieren, habe es aber schon lange mit mir herumgestellt und möchte es eigentlich endlich mal zeigen. Hier seht ihr den Stellvertreter von Hitler, den Herrn von Papen, seines Zeichens Geheimkammerer des Papstes, seines Zeichens Vizekanzler, seines Zeichens Malteser-Ritte und was weiß ich noch alles. Und den Eugenio Pacelli, zu der Zeitpunkt damals Staatssekretär, vorher Botschafter, nachher Papst. Karriere wie im Bilderbuch. Und noch ein paar andere Würdenträger. Man sieht ja immer schön, dieses Balkenkreuz, sage ich ja schon fast dazu, oder Malteserkreuz, wie ihr dann wollt. Nicht umsonst haben die deutschen Luftstreitkräfte damals auch dieses Balkenkreuz dann eben getragen. Und da kam eben nicht alles Gute von oben. Hier ist dieses besprochene Poster oder Plakat. Warum muss der Katholik Adolf Hitler wählen? Weil im nationalsozialistischen Staat, Leute, wir reden hier von Nazis, an sich und durch das Reichskonkordat, die Religion geschützt ist, der kirchliche Frieden gesichert ist, die öffentliche Sittlichkeit gewahrt bleibt und, ganz wichtig, für Katholiken zumindest, der Sonntag geheiligt wird. Nein, es ist keine Lesung für oder gegen die Sieben-Tags-Adventisten, aber der Sonntag ist nun mal der erste Tag der Woche und nicht der letzte. Und das wird eben von vielen Menschen eben auch überhaupt nicht begriffen, die leider im römisch-katholischen aufgewachsen sind und nichts hinterfragen. Sonntag ist der erste Tag, denn der letzte Tag ist der Sabbat. Und der Sabbat ist immer noch der Samstag, auch wenn er heutzutage dem Saturn angedichtet wird. Saturn ist ein anderer Name für Satan. Aber das führt jetzt zu weit. So, die Bekenntnisschule erhalten ist, das katholische Gewissen nicht mehr belastet ist, das ist ja schon hier so ein Oxymoron, der sechste Absatz, der Katholik vor dem Gesetz und im Staatsleben gleichberechtigt ist, die Katholischen, hier fehlt sogar ein Haar, Vereine und Verbände, soweit sie ausschließt, religiösen, karitativen und kulturellen Zwecken dienen, frei arbeiten können und so weiter. Deshalb muss der Katholik am 12. November so wählen. Volksabstimmung, ja, Adolf Hitler. Muss, nicht darf oder soll, muss. 12. November bezieht sich auf die Volksabstimmung über den Austritt Deutschlands auf den Völkerbund und die bezieht sich jetzt ganz explizit auf eine Reichstagswahl. Es steht ja auch hier Reichskonkordat, ne? Das ist immer noch ein Reichskonkordat, was nach wie vor Gültigkeit für das deutsche, ach, jetzt hätte ich gerade ein Wort gesagt, nee, also für die Bundesrepublik Deutschland dann immer noch so gilt. Und hier sitzen eben der Braune mit dem Schwarzen zusammen und prosten sich zu. 666. Alles immer so einfach wäre mit Zeichnungen. Ja, und das ist eben das Problem. In der Schule lernen wir nichts, zumindest nicht die wichtigen Dinge. Da lernen wir nur stumpfes Wissen, ganz viele Zahlen, Quantität anstatt Qualität. Deswegen können wir in der Schule zu unseren Kindern nicht sagen, lerne und mach was aus dir, sondern wir können einfach nur sagen, guck, dass du die Zeit irgendwie sinnvoll nutzt und guck, dass du irgendwie da durchkommst. Denn was der Ausgang ist dieser öffentlichen Schule, ist letzten Endes nur ein gehorsames, denkfaules und dressiertes Etwas. Schön Uniform. Hier sind wir schon wieder beim, na, genau, Dritten Reich. Immer schön Uniform. Genau. Und wer das nicht glaubt, da habe ich ein ganz kleines Beispiel mitgebracht. Und zwar aus einem Schulbuch des sechsten, siebten Schuljahres aus praktischer Philosophie von Jörg Peters und Bernd Rolf. Hier sehen wir schon, die Leute sind so ein bisschen entweder einseitig oder halt auch irgendwie gespalten, gespaltene Persönlichkeiten hier. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überstrapaziert für den einen oder anderen. Aber nichtsdestotrotz, hier stehen ganz eine Menge ethische Dinge drin, die Menschen lernen oder Kinder lernen, die den Religionsunterricht abgewählt haben. Ja, das ist also das Ersatzfach für diejenigen im Gymnasium. Davon kommt das jetzt hier. Das habe ich mir damals abfotografiert. Und das ist eben hier Lerninhalt. Das müssen also unsere Kinder oder eure Kinder lernen, wenn die beispielsweise praktische Philosophie haben. Da haben wir hier ein ganz prominentes Beispiel aus diesem Buch. Ethische Grundsätze in Religionen, die Berg predigt. Wir reden jetzt immerhin von einem Werk, was offiziell an Schüler und Schülerinnen im Alter von ungefähr zwölf Jahren ausgegeben wird. Dieses Buch sagt, wir reden jetzt hier von der Schule und nochmal, das Konkordat zwischen der Schule, nein, nicht der Schule, aber zwischen dem Staat, die Schulen sind ja angeblich staatlich, und der Kirche besteht seit 1933. Das heißt, wenn irgendetwas in puncto Religion aus dem Katholizismus, bitteschön, Einzug hält in Schulbücher, dann ist das Bestandteil des Konkordates, des Staatskirchenvertrags. Denn soweit ich weiß, ist zumindest offiziell in Deutschland dieses Konkordat immer noch gültig. Und das ist eben zwischen der katholischen Kirche, die angeblich Christus verehrt. Und jetzt kommt hier eine Christusdarstellung in einem Schulbuch. Die Bergpredigt. Nach seinem Kreuzigungstod wurde Jesus von Nazareth von seinen Anhänger als Christus, der Gesalbte bezeichnet, und als Sohn Gottes verehrt. Es entstand eine neue Weltreligion, das Christentum. In seinen Predigten wich Jesus stark von den allgemein üblichen Auslegungen der Schriften der jüdischen Tradition ab, wodurch er bei vielen gläubigen Aussehen erregte. Er verkündete den Juden auch das nahe Reich Gottes und forderte sie deshalb in seiner Bergpredigt auf, Recht schaffen zu leben. Das ist die Einleitung, wo auch schon so ein paar Fehler drin sind. Beispielsweise ist Christentum ja eigentlich schon vorher da gewesen, weil Christus ja angekündigt war. Aber wenn wir jetzt da auf jenes einzelne Haarspalterei aufgeben, wären wir natürlich nie fertig. Woros mir geht jetzt hier, ist zweierlei. Erstens, was ihr noch nicht seht, was ihr aber gleich zu sehen bekommt, ist folgendes. Das ist hier eine Comiczeichnung. Das Problem ist ein ganz anderes. Das Problem ist jetzt folgendes, wie dieser Comic endet. Der Comic endet mit jemandem, der ganz groß und prominent in diesem Bild hier einnimmt und wo eben Jesus dann sagt, liebet eure Feinde und wenn euch einer auf die rechte Wange schlägt, dann haltet oder halt ihm auch die linke hin und dann sagt eben genau, dieser Mann jetzt hier oder denkt zumindest, dieser Mann jetzt hier, dieser Mann ist ohne Verstand. So hört das auf. Das heißt, es hört eigentlich negativ auf von der Schilderung. Aber was ist denn jetzt überhaupt passiert bei dieser Bergpredigt? Weil wir kriegen ja jetzt den Eindruck, Jedus wäre jetzt irgendwie ein Wanderprediger oder Jesus steht auf dem Fels und predigt da zu den Menschen hin. Aber was steht denn in der Schlacht da und was steht denn in der King James Bibel? Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach, Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ja, und da sehen wir schon die große Diskrepanz in diesem Comic. Und ich glaube, wir sollten vielleicht jetzt einfach mal die Auflösung gar nicht verraten. Da kann sich nämlich jeder mal selber Gedanken drüber machen, warum das jetzt, was hier steht, überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was in der Bibel steht. Interessanterweise muss dieses Comic aber aufgrund des Staatskirchenvertrages durch die katholische Kirche im wahrsten Sinne des Wortes abgesegnet sein. Denn wir haben ja immer noch den Staatskirchenvertrag. Hm? Ja, und nun? Jetzt haben wir die nächste große Problematik, denn die christliche Ethik, die in diesem Buch beschrieben wird, die sagt uns nämlich jetzt, dass es da etwas anderes gibt als Nächstenliebe. Das heißt, Nächstenliebe wird jetzt hier erstmal persönlich ausgelegt. Das ist ja, wie gesagt, für Leute, die nicht Religionunterricht haben wollen. Dann wird die Bergpredigt hier besprochen von einzelnen Zitaten von Mahatma Gandhi, von Albert Schweitzer, von Heinrich Alberts und von Richards von Weizsäcker, der dann zum Beispiel sagt, die großen Konflikte der Zeit wären lösbar, wenn wir Menschen die Kraft fänden, persönlich und politisch gemäß der Bergpredigt zu handeln. Nochmal, das ist ein 1 zu 1 Foto, was ich aus diesem Buch gemacht habe. Das findet ihr jetzt nicht so im Internet, jetzt so abfotografiert und so. Das ist mein Bild, was ich gemacht habe, vor drei Jahren ungefähr. Das steppe ich schon seitdem mit mir rum, habe gedacht, ich kann mir vielleicht eine Eingesendung drüber machen, aber waren wir dann doch irgendwie zu viel. Gut, und es gibt ja auch Nächstenliebe, wo beispielsweise hier der Direktor des Staatssekretariats für Wirtschaft in der Schweiz, Jean Daniel Gerber, befragt wird, zur Bedeutung der Bergpredigt in der Wirtschaft. Also, und er sagt beispielsweise hier, Nächstenliebe bedeutet Unterstützung und Hilfe. Manchmal besteht Nächstenliebe aber auch gerade darin, dass man nicht hilft. Also, es geht sich hier um Geld, es geht sich um Wirtschaft. Das kriegen die Kinder also, oder eure Kinder, wie auch immer, kriegen das also gelehrt, dass also da jemand ist, der, von dem das Volk sagt, der ist bekloppt, ja, der ist ohne Verstand und dass es da eben jemanden gibt, so wie Jesus, der da halt so eine Anhängerschaft hat und das seitdem erst den christlichen Glauben es gibt und vor allen Dingen, dass es eben dann in der Wirtschaft beispielsweise, wenn man beispielsweise weiterkommen möchte im Leben, es gibt ja auch viele Menschen, die beispielsweise nachher VWL und BWL studieren, Nächstenliebe völlig, ja, Fehlerplatz ist. Zum Beispiel wird hier gesagt, ein Almosen für einen Bettler kann ihn davon abbringen, endlich eine Arbeit aufzunehmen. Ist das nicht radikal? Ist das nicht so richtig, jetzt diese ganze Transformation der Gesellschaft, wo es sich nur darum geht, dass du bitteschön ein produktives Wirtschaftssubjekt bist und nicht vielleicht ein gehandikappter Mensch? Ein Almosen für einen Bettler kann ihn davon abbringen, endlich eine Arbeit aufzunehmen. Sowas kann, glaube ich, auch nur ein Staatssekretär für Wirtschaft von sich geben. Wir müssen dafür sorgen, dass die Wirtschaft in der Lage ist, Arbeitsplätze und Gewinne zu erwirtschaften, die es erst überhaupt ermöglichen, diese Beträge einzuzahlen und so weiter. Also es geht sich alles um Kohle hier, auch in diesem christlichen Ethik, Wirtschaft und Nächstenliebe. Zu deutsch, den Kindern wird gepredigt, dass in der Wirtschaft und da, wo es um große Geld geht und so weiter, Nächstenliebe nicht zu verloren hat. Aber auch gar nichts. Da gibt man nichts ab. Da muss man produktiv sein, erwirtschaften, gewinne. Das Einzige, was interessant ist, wenn der Bettler bettelt, dann in der Zeit könnte er ja arbeiten. So, also von daher, jetzt gehen wir wirklich mal wieder zu Kennedy zurück. Ich hoffe, das hat euch jetzt hier nicht irgendwie abgelenkt. Aber ich wollte das unbedingt mal loswerden. Hier seht ihr beispielsweise ein Video von Jörg auf seinem Kanal, was heißt das Konkordat von 1933, der Pakt mit dem Teufel. Ihr habt ja letzten Endes die ganzen sogenannten Wirtenträger hier drin und ihr habt jetzt hier eine ganze Stunde und 15 Minuten eine ausführliche Abhandlung über dieses Konkordat. Was, nochmal, A, bis heute gilt und B, ihr seht genau hier vom Deutschen Reich oder vom Dritten Reich, wie auch immer ihr das wollt, eben dann damals in Kraft gesetzt worden ist. Und das gilt laut Bundesverfassungsgericht bis heute. Und der Jörg hat sich da eine ganz Menge Arbeit gemacht und wenn ihr da wirklich mehr drüber wissen wollt und euch mal Fragen gestellt habt, warum gewisse Dinge unveränderlich sind, dann sind es genau diese Dinge, von denen, glaube ich, in den offiziellen Zeitschriften und so weiter und Medien nie oder so gut wie nie etwas von zu hören ist. Gell, Jörg? Ja, das ist so. Ich habe das Video damals mit einem Bruder in Christus zusammen gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr sicher, ich glaube, es war Viktor, mit dem wir auch eine ganze Menge Bibelstudien und sowas gemacht haben in der Zeit. Und das sind eine Stunde und fast 16 Minuten, die man also wirklich sich mal Zeit nehmen sollte. Da sind noch ein paar Links mit bei und wir besprechen das Konkursat an sich und überhaupt die ganzen Folgen, die das mit sich mitbringt. Ein Staatskirchenvertrag ist eine Seite und auf der anderen Seite in einer zwischen Anführungszeichen Bundesrepublik Deutschland leben, die die Trennung von Staat und Kirche propagiert. Das ist ganz einfach nichts weiter als Leben in einem Heuchelstaat. Und das muss mal ganz deutlich so gesagt werden. Nun, du hast natürlich auch am Anfang auch Kennedy erwähnt, bevor du über dieses Konkordat begangen bist und die Frage, die man sich natürlich dann irgendwann stellt, da habe ich mit Tom Frest von Inquisition Update auch schon öfter diskutiert, haben denn die Vereinigten Staaten auch ein Konkordat mit dem Vatikan? Und wir sind da eigentlich nicht rausgekommen. Offiziell haben wir keins gefunden. Es gibt auch eine Webseite, Concordat Watch, diese Links findet ihr alle in der Beschreibung des Videos, könnt ihr mal nachschauen. Da sieht man, mit welchen Ländern heutzutage die römisch-katholische Kirche alles gültige Konkordate abgeschlossen hat. Ich meine, es sind um 179 Staaten auf dieser Welt. Und da ist Amerika, glaube ich, noch nicht mal bei. Da habe ich zu Tom immer gesagt, ja, Amerika braucht ja gar keinen Vertrag, weil Amerika wurde ja vom Vatikan gegründet, ohne dass sie euch das gesagt haben. Da ist ja dann ein Lachen ausgebrochen, natürlich ein schallendes Lachen ausgeworfen, aber es ist leider so. Aus dem Grunde kann ich auch hier bei Wikipedia den Artikel-Staatskirchen-Vertrag zumindest empfehlen, denn dann sieht man beispielsweise, dass also auch vor dieser 1933er-Geschichte eine ganze Menge Konkordate von den Ländern aus schon abgeschlossen wurden. Ich wollte gerade sagen, die verschiedenen Bundesländer, also wie man es heute nennt, oder damals waren das ja eigenständige Länder, das waren ja teilweise Königreiche, zum Beispiel das Königreich von Hannover und solche ganzen Sachen. Und Preußen war ein eigenes Königreich und sowas. Die hatten eigene Staatsverträge mit dem sogenannten Heiligen Stuhl. Und das wurde dann in 1933 zusammengefasst unter einem. Ja, guckt ihr das? Trotzdem gelten die anderen ja trotzdem. Das heißt, während der Zeit, bevor dieses Konkordat 1933 geschlossen wurde, gab es ja schon ein bayerisches Konkordat. Warum waren die wohl zuerst da? Und wenn man sich das alles anguckt, hier ist ja dieses Reichskonkordat, wenn man sich das alles anguckt und so weiter, was das auch noch zusätzliche Sachen mit Sachsen, Thüringen und so weiter, nach dieser sogenannten Wiedervereinigung und so weiter dann geschlossen wurden, da seht ihr doch einfach mal, da kommt überhaupt niemand mehr raus. Da gibt es so viele Verträge, da kann doch jetzt ein neuer Politiker kommen und sagen, ich werde das jetzt alles und so weiter. Da gibt es doch keine Möglichkeit von irgendjemandem. Guckt euch die einen schon die schiere Anzahl der Verträge an, von irgendwelchen Ländern mit irgendwelchen Institutionen, links und rechts und kreuz und quer. Also derjenige, der Englisch kann, den kann ich in diesem Fall nur mal ganz dringend ein Video anraten, sich anzuschauen. Das findet ihr auf meinem JoblessWarUndesInfo und ich glaube auch auf dem The Antichrist is the Papacy Kanal. Das ist halt in Englisch. Es ist von Richard Bennett vorgetragen und das heißt Vatican Control through Civil Law. Wenn du das mal eben eintriggst da. Vatican Control through Civil Law. Nicht though, through. Musst du noch ein R reinmachen, aber das wird er wohl finden so auf die Art und Weise. Through, yeah, ja. Through Civil Law. Das ist ein ganz, ganz tolles Video. Wie gesagt, das habe ich auf meiner... Ja, Papacy is the Antichrist. Das ist mein Kanal. Ihr seht, das ist nicht besonders viel angeguckt. 625 Mal. Leute interessieren sich da leider nicht so besonders für. Aber da, wenn man das Englisch zumindest versteht, da wird einem ganz deutlich, wie, obwohl man gar nicht religiös ist, obwohl man gar nicht katholisch ist, wie man eben durch die Staatsgesetze katholisch gemacht wird. Und das ist eben eine Auswirkung des Konkordats. Das ist eine Auswirkung dessen, dass die geistige Macht über der weltlichen Macht steht. Und dass alle Zivilgesetze, Entschuldigung, dass alle Zivilgesetze abgestimmt werden müssen mit dem Vatikan. Die Gesetzgebung ist so, wenn ein Gesetz im Bundestag oder zum Beispiel im amerikanischen Kongress erlassen wird, dann geht das erst nach Rom und wird da durchgecheckt. Und wenn das im Einklang ist mit römisch-katholisch-kanonischem Recht, dann erst wird das Gesetz weiter auf den Weg gebracht und wird es veröffentlicht und wird gültig. Und da wir uns alle nach den Gesetzen in unseren Ländern halten und von denen regiert werden, sind wir alle katholisch gemacht. Durch das Zivilgesetz. Weil das vom Vatikan kontrolliert wird. Man darf ja auch nicht vergessen, die Kirche setzt dem Staat ja voraus beziehungsweise setzt fest, welche Feiertage gelten im Staat. Ist ja nicht der Staat, der da jetzt sagt, ach, wir machen einfach mal den Sonntag, sondern die Kirche, die hat da ja Einfluss drauf. Das heißt, wenn die Mehrzahl der Menschen im katholischen Glauben ist, dann ist halt in dem Staat, genau wie bei uns hier zum Beispiel, eben Sonntag der Feiertag. Die Kirche setzt dem Staat die Krone auf. Das war schon immer so. Das hat angefangen im Jahr 800 am 25. Dezember mit der Krönung von Karl den Großen durch den Papst. Der Jörg hat ein Bild letztens gefunden hier von dem Papa von John F. Kennedy, also Joseph P. Kennedy, der amerikanische Botschafter in London und Frau Rose Kennedy, also die sich eigentlich hätte scheiden lassen wollen, mit ihren Kindern, unter anderem auch, na, habt ihr ihn erkannt, genau, guck mal hier da, wer da hinten hier grinst. Als sie die Vatikanstadt am 20. März 1939 verließen, nachdem Papst Pius XII. sie in einer Privataudienz empfangen hatte. Jaja, schön, ne? Da haben wir noch die Schweizer Garde hier. Weiß man jetzt auch, warum die Schweiz so reich ist. Und wir haben letzten Endes hier alle versammelt, die das eben da zu dem Zeitpunkt dann eben zu versammeln waren. Und vor allen Dingen, hier sieht man, glaube ich, auch Ted Kennedy, vor allen Dingen, müsste man einfach damit berücksichtigen, dass die eben wirklich ihren Glauben öffentlich ausgelebt haben. Ist ja nicht so, als wenn die das nur im stillen Kämmerlein gemacht haben. Deswegen gehen wir jetzt nochmal in diese Geschichte rein mit der Anrede oder Ansprache über die Religion von John F. Kennedy. Ich habe hier eine ausführliche Seite gefunden, wo er eben gesprochen hat, am 12.9., nicht am 11.9., sondern am 12.9.1960. Das ist eben seine Rede da. Ich habe mir Folgendes gemacht. Ich habe mir diese Rede genommen und ich habe diese Rede offiziell übersetzen lassen. Und es ist nur zum Verständnis, dass man sieht, welchen Wichtigkeitsgrad, welche Wichtigkeit das damals hatte. Das hat überhaupt keinen Vergleich zu irgendeiner europäischen Wahl, die ich mir im Augenblick vorstellen kann. Das hat in Deutschland oder ich glaube auch in Europa, das, was ich zumindest kenne, ist so nicht gegeben. Kennedy sagt, Zitat, das ist die Art von Amerika, an die ich glaube. Es steht für die Art der Präsidentschaft, an die ich glaube, ein großes Amt, das weder dadurch erniedrigt werden darf, dass man es zum Instrument einer bestimmten religiösen Gruppe macht, noch dadurch, dass man es willkürlich den Mitgliedern einer bestimmten religiösen Gruppe vorenthält. Ich glaube an einen Präsidenten, dessen religiöse Ansichten seine Privatsache sind, die er weder der Nation aufzwingt, noch die Nation ihm als Bedingung für die Ausübung dieses Amtes auferlegt. Also, er tritt für eine Trennung zwischen Religion und Staat ein. Er sagt, Religion ist Privatsache. So, übersetzt habe ich das mit Deeple, weil Deeple einfach längere Texte übersetzen kann, was Google Translator eben nicht kann. Also jeder, der längere Texte übersetzen möchte, den kann ich jetzt nur anraten, bitte schön, den Deeple-Übersetzer zu nehmen. Die American Rhetoric Speeches, JFK Houston Ministerial Q&A, heißt Fragen und Antworten, Questions and Answers, die hat eben genau diese Geschichte gemacht. Und ich habe mir jetzt Folgendes gemacht, ich habe mir jetzt die originale englische Datei genommen, habe die Bilder davon genommen und habe jetzt hier rechts die holprige Übersetzung von Deeple genommen. Aber ich denke, das ist immer noch klar und man sieht dann auch, wer mit wem spricht. Also der Kennedy steht jetzt hier, kommt gleich ans Rednerpult und der ersten oder die ersten Menschen, die da jetzt eben kommen und die ihn fragen, sind alle ausnahmslos in irgendeiner Art und Weise Kirchenmenschen. Fangen wir mal an. Senator Kennedy, ich bin Glenn Norman, Pastor der Second Baptist Church in Corpus Christi. Ich glaube, ich spreche für viele, die ihre Loyalität und ihre Liebe zur Nation oder ihre Position, die mit unserer Position Bezug auf die Trennung von Kirche und Staat übereinstimmt, in keiner Weise abwerten oder in irgendeiner Weise anzweifeln. Aber könnte ich es auf den Punkt bringen, an dem wir heute Abend hier stehen, als zwei Männer von fast gleichem Alter, die sich gerade gegenüberstehen. Wenn dieses Treffen heute Abend im Heiligtum meiner Kirche abgehalten würde, es ist die Politik in meiner Stadt, die viele sehr gute Katholiken hat, aber es ist die Politik der katholischen Führung, ihnen zu verbieten, einen katholischen, einen protestantischen Gottesdienst zu besuchen. Wenn wir heute Abend im Heiligtum meiner Kirche wären, genau so wie wir sind, würden und könnten sie teilnehmen, wie sie es hier getan haben. Die Antwort von Kennedy kommt. Nun ja, das könnte ich. Ich kann an jedem Gottesdienst teilnehmen, wie ich in meiner Erklärung sagte, der in irgendeiner Weise mit meinem öffentlichen Amt in Verbindung steht oder im Falle einer privaten Zeremonie, Hochzeiten, Beerdigung usw. Natürlich würde ich mitmachen und mitgemacht haben. Ich denke, die einzige Frage wäre, ob ich als Teilnehmer, als Gläubiger ihres Glaubens teilnehmen und meine Mitgliedschaft in meiner Kirche behalten könnte. Das, so scheint mir, gehört zu den privaten Überzeugungen, die ein Katholik haben könnte. Aber ob ich an einer solchen Veranstaltung ihrer Kirche teilnehmen könnte, ob ich als Senator oder Präsident an einer mit meiner Amtsstelle verbundenen Funktion in ihrem Dienst teilnehmen könnte, dann könnte und würde ich teilnehmen. Wir müssen jetzt auch nicht jede Frage jetzt hier machen, weil das ufert total aus und das geht hier in ganz, ganz Geschichten rein, dass er mal mit 30 Jahren mal eine Kapelle besucht hat, wo er dann gar nicht wusste, dass es eine interreligiöse Kapelle ist. Das ist völlig, fürchterlich egal. Die anderen Sachen, die sind ja viel, viel wichtiger, die jetzt hier kommen. Ich gucke mir mal eben an. Während du das guckst, wollte ich nur mal eben gerade sagen, das, was wir hier gerade vorlesen, bitte nehmt das inhaltlich mit einem ganz großen Körnchen Salz. Allein die erste Frage, die ich gerade eben als Interviewer gestellt habe, da könnte ich schon fast eine halbe Sendung drüber machen, was da nicht alles an Falschheit drinsteht, an die Bibel gemessen. Das dürfen wir nie vergessen. Wir machen diese Sendung hier mit mir als Gast, der ich stehe für Stunde der Wahrheit. Und Michael, auch wenn er das Ministerium nicht hat, steht genauso dafür. Aber es geht uns hier jetzt nicht darum, um auch noch die Dinge hier bis ins kleinste Detail zu diskutieren. Weil dann würde diese Sendung alleine schon wahrscheinlich zehn Sendungen in Anspruch nehmen. Und das würde viele Menschen leider langweilen, weil sie sich daran interessiert sind, die Dinge alle an der Bibel zu messen. Deswegen lesen wir das nur vor und überlassen euch zum großen Teil, das selber abzuwägen. Das wollte ich nur mal eben dabei sagen. Weil, wie gesagt, in dem ersten Absatz, der ersten Frage, die ich gerade gestellt habe, ich komme mich teilweise vor Lachen, nicht halten. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Ja, das Problem ist wirklich, wir reden jetzt hier über einen politischen Wahlkampf, der aber jetzt einen religiösen Kontext hat. Dann wird er gefragt, ob eben die Verfolgung protestantischer Missionare einzustellen, den Protestanten gleiche Rechte zu geben und so weiter und so fort. Und da sagt er dann eben, er würde seinen Einfluss nutzen, Entschuldigung, wenn ich das jetzt abkürze, um die Entwicklung der Freiheit auf der ganzen Welt zuzulassen, zu fördern und auch das Recht auf freie Religionsausübung. Das sagt jetzt er als Präsident oder als Wannabe-Präsident, als momentan Senator der Vereinigten Staaten. Also er macht Wahlkampf, ganz klar. Er distanziert sich in allem von der römisch-katholischen Kirche. Er sagt, er hätte das Recht, als Senator beziehungsweise später als Präsident, eigene Politik zu machen. Senator Kennedy, ich bin E.H. Westmoreland, Pastor der South Main Baptist Church hier in Houston, Texas. Ich habe heute eine Kopie einer Resolution erhalten, die von der Baptist Pastors Conference von St. Louis verabschiedet wurde und Sie werden Sie morgen Abend damit konfrontieren. Ich möchte, dass Sie dem Publikum in Houston, Texas antworten, bevor Sie in St. Louis ankommen. Dies ist die Auflösung. Mit tiefer Aufrichtigkeit und in christlicher Anmut bitten wir Senator John F. Kennedy als die Person, die derzeit in dieser Angelegenheit betroffen ist, an Cardinal Cushing, Herrn Kennedys eigenen hierarchischen Vorgesetzten in Boston, zu appellieren, dem Vatikan die aufrichtigen Worte von Herrn Kennedy zu überreichen, Erklärung zur Trennung von Kirche und Staat in den Vereinigten Staaten und zur Religionsfreiheit, wie sie in der Verfassung der Vereinigten Staaten verankert ist, damit der Vatikan einen solchen Glauben für alle römisch-katholischen Christen in den Vereinigten Staaten offiziell genehmigen kann. Ja, die Bombe in dieser Frage ist Herr Kennedys eigenen hierarchischen Vorgesetzten in Boston. Das fand ich auch, ja. Ja, also es impliziert dann hier sozusagen, dass egal welche Position der Herr Kennedy hat, immer noch einen hierarchischen Vorgesetzten hat, nämlich den Kardinal. Man muss dazu verstehen, dass Amerika, genau wie Deutschland in verschiedene Diozösen eingeteilt ist. Und jede Diozöse wird vorgestanden von einem Bischof und der Bischof und der Vorgesetzte eines Bischofs ist der Kardinal. Und das ist immer der Bischof, der der mächtigste im Staat ist. Das ist das, was man eigentlich so als Schattenregierung nennt. Ja, viele Menschen sagen von Schattenregierung dies und Schattenregierung das, aber überhaupt keine Ahnung, was die Schattenregierung ist. Die Schattenregierung ist die römisch-katholische Organisation in Diozösen und der Kardinal Cushing ist halt Kardinal von Massachusetts, wo in Boston der Kennedy Senator von ist, wenn ich das richtig sage. Ja, genau. Wenn ich das richtig getroffen habe. Und deswegen ist der Kardinal Cushing sein Vorgesetzter. Nicht der Präsident der Vereinigten Staaten oder was? Oder der Chef im Kongress. Das ist der Kardinal Cushing. Und das ist eigentlich richtig schön, wie der das hier heißt. So, wo ich jetzt noch eben da bin, Michael, eine Sekunde noch mal kurz zurück. Wenn wir da hingehen, wer das jetzt gerade vorgestellt hat, die Kirche Southland Baptist Church, glaube ich, sagt er, dass er ist, hier, Pastor der South Main Baptist Church hier in Houston. Nur mal eben zur Information für diejenigen, die das nicht wissen. Diese Baptistenkirchen sind 100% freimaurerisch unterwandert. kontrolliert und geleitet. Wir sprechen hier von Freimaurern. Und da ihr ja meine Lesung von Hinter den Diktatoren gesehen habt und da das wunderbare Kapitel verfolgt hat von Jesuiten, Freimaurern und Juden, wisst ihr ja, dass Freimaurer an der höchsten Stelle kontrolliert werden durch den General des Ordens der Jesuiten. Also, es ist nur eine andere Form von Katholizismus, aus der dieser Pastor hier kommt. Das musste ich nur mal eben dazu sagen. Es ist also dieselbe, dasselbe Kontrollorgan, das rechts und links gegeneinander für das Publikum, ich möchte, dass sie dem Publikum in Houston antworten, dem Publikum vorspielt. Entschuldigung, Michael, das musste ich mal kurz sagen und jetzt kannst du gerne weitermachen. Ja, und die Geschichte dazu, zu der Beschuldigung sozusagen, dass Herr Kennedy einen hierarchischen Vorgesetzten in Boston hätte, ist die Antwort, die jetzt kommt, von Kennedy. Und als ich dieses Skript gemacht habe und mir das durchgelesen habe, muss ich sagen, für mich ist die Antwort, die er jetzt gibt, sein Sargnagel. Für mich ist die Antwort, die er jetzt gibt, der ausschlaggebende Punkt, dass wenn er sich daran messen will, das letzten Endes dazu geführt hat, dass seine hierarchischen Vorgesetzten mit ihm mehr als unzufrieden oder besser gesagt tot, unglücklich waren. Die Antwort heißt, darf ich nur sagen, dass ich das Recht eines, wie gesagt, kirchlichen Amtsträgers nicht anerkenne, mir zu sagen, was ich im Bereich meiner öffentlichen Verantwortung als gewählter Amtsträger tun soll. Während der Zeit, wo der Herr Kennedy das gesagt hat, ich gehe jetzt auf den Rest gleich ein, aber war er noch nicht Präsident, da war er Senator. Man kann das jetzt unter dem Punkt des Wahlkampfs abtun. Nur wenn er dann dieses Wahlkampfversprechen sozusagen tatsächlich einlösen würde, dann macht er sich eine ganze Menge Feinde. Nämlich dann erkennt er ja die Hierarchie der katholischen Kirche nicht mehr an. Das ist ja genau das, was er jetzt hier sagt. Nur im Augenblick können wir nicht ermessen, ob das jetzt Wahlkampf ist oder ob das jetzt seine persönliche Überzeugung ist, denn wir müssen ja die Menschen an seinen Früchten messen. Aber der Satz ist unter Umständen dafür verantwortlich, dass die ersten Menschen sich sehr große Sorgen um seine weitere Lebenslaufbahn gemacht haben. Er sagt nämlich auch, bitten Sie Kardinal Kasching den Vatikan zu bitten, etwas zu unternehmen und so weiter. Er sagt halt einfach, ich will jetzt gar nicht in diese ganze Antwort hier reingehen, das ist letzten Endes alles nur geplänkelt. Er sagt ganz klar direkt im ersten Satz, nein, ich lasse mir nicht reinreden, das ist ja das, was er eigentlich sagt. Er sagt, nein, ist meine Entscheidung und nicht die Entscheidung der Kirche oder meines kirchlichen Vorgesetzten. Ich trenne Kirche und Staat. Peng, das ist das, was er sagt und das ist auch eigentlich das, was ihm meiner Meinung nach überhaupt erst mal seine Position als Präsident der Vereinten Staaten überhaupt erst mal ermöglicht hat. Hätte der gesagt, ja, das ist schon richtig und ich werde in allen Belangen den Kardinal fragen und der Kardinal wird dann den Papst anrufen und die werden sich damit sprechen, hätte er ja niemals Präsident werden können, die Leute hätten ja nicht gewählt. Also musste er ja erst mal schon mal das sagen, dass er für die Trennung zwischen Kirche und Staat ist, um überhaupt gewählt zu werden. Die Frage ist jetzt, ist es jetzt ein Wahlkampfslogan oder ist es jetzt tatsächlich sein Ernst? Wenn es abgestimmt gewesen ist, dass er das sagen darf, passiert ihm nichts. Wenn er das allerdings dann macht, passiert ihm was. Denn dann letzten Endes ist er ja tatsächlich dann nur noch der demokratische Kandidat und eben nicht mehr in der katholische. Ist schon schwierig, ne? Also im Endeffekt meiner Meinung nach, er sagt, es wäre in der Tradition der amerikanischen Katholiken bis hin zu Bischof John Carroll, also derjenige, der dann, ich glaube, was war das, Maryland gegründet hat. Kann das, Jörg, Maryland? Ja, das war die, die erste Diözese war, glaube ich, sogar Boston, glaube ich, da, die er gegründet hat. Bischof John Carroll hat auf jeden Fall Georgetown Universität gegründet als Jungenschule damals in der Zeit. Wenn ich dich noch mal kurz unterbrechen darf, Michael, du siehst, im Chat habe ich dir gerade eben was geschickt hier über Skype. Ich wollte da mal kurz drauf eingehen, wenn du noch mal kurz mit dem Text ein bisschen hochgehen kannst, auf diesen Satz, den Kennedy da gesagt hat. Da müssen wir auf diese Vatikanflagge mal eingehen, die ich dir da geschickt habe. Das ist, glaube ich, für unsere Zuschauer doch noch mal eben wichtig und wir haben jetzt die Gelegenheit, in diesem Video da mal kurz drüber zu sprechen. Kennedy sagt also, obwohl er noch nicht Präsident ist, ich werde, wenn ich Präsident bin oder ich tue es auch jetzt schon, wo ich nur Senator bin, ich werde mir von keinem kirchlichen Hierarchen oder vom kirchlichen Würdenträger sagen lassen, welche Funktion, welche Arbeit, welche Dinge ich zu tun oder zu lassen habe in meinem Job. Das ist doch, zusammengefasst, Michael, das, was er sagt. Richtig? Gut. Jetzt haben wir hier die Vatikanische Flagge. Jeder kennt sie, aber keiner versteht sie. Also wollen wir mal eben erklären, wofür die steht. Wir haben hier die zwei Schlüsse, die übereinander liegen und das ist natürlich so gemacht, wie man das eben kennt von Skull and Bones, wie man das kennt von der Piratenflagge, die gekreuzten Knochen und der Kopf da drüber, der Totenschädel. In diesem Fall haben wir die päpstliche Tiara, die dreistöckige Krone, die die Macht des Papstes symbolisiert, die er über Himmel, Erde und die Sachen unter der Erde, die die Hölle hat. Und man sieht die zwei Schlüssel, mit denen er, das sind so gesagt die Schlüssel von Petrus, die dann hier der Vertreter von Petrus auf Erden oder der Vertreter von Christus auf Erden, der Petrus von heute, weil Petrus war ja der Vertreter von Christus in der römisch-katholischen Lehre, die zwei Schlüssel, die er gebraucht hat, die stehen für bestimmte Dinge. Der silberne Schlüssel, der unterliegt, man sieht es nämlich, dass der goldene da drüber liegt, wenn man genau hinschaut, sieht man das. Der silberne Schlüssel, der unten liegt, ist für die weltliche, temporäre Macht und der goldene Schlüssel ist für die geistige, spirituelle Macht, die der Papst ausübt. Diese beiden Schlüssel sind verbunden mit einem roten Draht. Rot steht für Blut. Wer sich das Recht anmaßt, diese zwei Schlüssel zu trennen, das heißt die weltliche und die geistige Macht, der wird bluten. Das heißt diese vatikanische Flagge. Man kann sie auf verschiedene Arten interpretieren, aber das ist eine der Interpretationen. Wenn man die beiden voneinander trennen will, dann geht das nur durch Blutvergießen. Kennedy hat das hier bereits angekündigt, dass er das macht und wessen Blut ist dann vergossen worden? Ich glaube, darüber geht diese ganze Sendung doch im Endeffekt. Und man konnte es damals schon sehen, warum das so ist. Das ist das Machtzeichen der römisch-katholischen Kirche. Ein jeder Herrscher eines jeden Landes, der sich anmaßt, die geistige Macht des Vatikan nicht anzuerkennen und sich mit seiner temporären Macht, silbernen Schlüssel, selbstständig macht, der bekommt es mit der Macht des Vatikan zu tun. Nämlich in diesem Fall, dass die beiden Schlüssel eben durch Blut zusammengehalten werden. Der Papst besteht darauf, dass er die geistige Macht hat und dass die geistige Macht über der weltlichen Macht regiert. Er setzt die weltliche Macht ein und seine geistige Macht kontrolliert die weltliche Macht. Wenn man die Schlüssel ihm wegnehmen will oder wenn man die beiden auseinandernehmen will und sagt, weltliche und geistige Macht haben nichts mehr miteinander zu tun, Trennung von Kirche und Staat, dann wird man die Rache des Teufels zu spüren bekommen. Und das ist genau das, worum es geht. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht ein bisschen gespoilert habe oder so, aber das war mir immer wichtig zu sagen, weil gerade der eine Satz, den Kennedy da gesagt hat, wenn du da noch mal hingehen kannst, das war jetzt ein bisschen weiter runter, darf ich nur sagen, dass ich das Recht eines, wie gesagt, kirchlichen Amtsträgers nicht anerkenne. Mir zu sagen, was ich im Bereich meiner öffentlichen Verantwortung als gewählte Amtsträger tun soll, das heißt mit anderen Worten, mir redet die geistige Macht nicht rein, wenn ich meine weltliche Verantwortung ausführe als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und dann kommt das zu tragen, was ich gerade über die Vatikanflagge erklärt habe. Entschuldigung, Michael, aber das fand ich wirklich mal wichtig und opportun in diesem Moment mal zu erklären. Und du kannst natürlich gerne weiter darauf eingehen oder mal sagen, ob ich recht habe oder nicht. Ja. Nächste Frage. Wir wissen Ihre offene Aussage zu schätzen. Darf ich sagen, dass wir große Bewunderung für Sie haben. Aber bis wir wissen, dass dies die Position Ihrer Kirche ist, weil es viele Katholiken geben wird, die ernannt werden, wenn sie zu Präsidenten gewählt werden, möchten wir wissen, dass auch Sie frei sind, solche Erklärungen abzugeben, wie Sie es getan haben, mutig zu machen. Ja, sorry, das ist ein bisschen holprig hier. Ja, die ganze Übersetzung taugt nicht viel, aber das ist ja, man kriegt ja die Idee, mit der dahintersteckt, das ist ja das, wo es geht. Lassen Sie mich dann fragen, Herr Kennedy. Ja. Sagen Sie es mit Zustimmung des Vatikans? Kennedy antwortet, in diesem Sinne brauche ich keine Zustimmung. Ich habe sie nicht eingereicht. Ich habe meine Aussage nicht eingereicht, bevor ich sie dem Vatikan vorgelesen habe. Ich habe es Kardinal Kaschi nicht vorgelegt. Aber ich bin der Mann, dass Kardinal Kasching, der Kardinal der Diözese, der ich angehöre, diese Erklärung ebenso billigen würde, wie die Erklärung des Bischofes von 1948. Er sagt, er wäre kein Student der Theologie und das wäre seine persönliche Position. Und das ist genau das Problem. Hm? Das ist genau das Problem. Er sagt, ich kandiere für das Amt der Präsidentschaft und nicht Kardinal Kasching und sonst niemand. Also Deutsch nochmal, hier das bestätigt, er steht mit seiner Nase, er steht mit seinem Kopf für die Präsidentschaft und dahinter ihm steht niemand. Das ist eben genau das, was er dazu sagt. Das ist zumindest das, was er sagt. Ja, und der Westmoreland, den wir ja eh schon benannt haben von dieser Baptistenkirche sagt, wir würden uns sehr wünschen, dass der Kardinal Kasching dieselbe Aussage macht. Genau. Das ist das. Ja, das ist... Aber die wird der Kardinal nicht machen, die wird ein Bischof nicht machen und die wird auch sicher ein Papst nicht machen. Nein. Man dürfte nur mal eben kurz hier in diesem Fall dran erinnern, Papst Pius IX, 1864, Syllabus der Fehler und dann wisst ihr, wo Amerika steht im Auge des Vatikans. So, jetzt kommt noch eine Sache, die extrem interessant ist, denn das ist jetzt hier so ein privater Vorfall, den die da jetzt zum Besten gegeben haben, um eigentlich vor den richtigen Fakten so ein bisschen abzulenken. Der Grund für unsere Besorgnis ist die Tatsache, dass ihre Kirche erklärt hat, dass sie das Privileg und das Recht und die Verantwortung hat, ihre Mitglieder in verschiedenen Lebensbereichen, einschließlich des politischen Bereichs, zu leiten. Wir glauben, dass Geschichte und Beobachtung darauf hindeuten, dass dies der Fall ist. Und wir stellen die Frage, weil wir wissen möchten, wie sie unter diesen Bedingungen reagieren werden, wenn sie zum Präsidenten gewählt und ihre Kirche dieses Privileg und die Verpflichtung nutzt, also gewählt werden und ihre Kirche dieses Privileg und diese Verpflichtung nutzt. Jetzt kommt noch mal die Antwort von Kennedy. Er sagt, wenn meine Kirche versuchen würde, mich auf eine Weise zu beeinflussen, die unangemessen ist oder meine Verantwortung als Beamter, der geschworen hat, die Verfassung aufrecht zu erhalten, beeinträchtigt, dann würde ich ihnen antworten, dass dies eine unangemessene Handlung ihrerseits war, dass es eine solche war, dem ich nicht zustimmen konnte, dass ich dagegen war und dass es ein unglücklicher Verstoß gegen eine Einmischung in das amerikanische politische System wäre. Ich bin zuversichtlich, dass es keine solchen Störungen geben würde. Wir hatten zwei Vorsitzende des obersten Gerichtshofs, die Katholiken waren. Wir hatten in diesem Jahrhundert drei Premierminister von Kanada. Ich habe Herrn de Gaulle und Herrn Adenauer, also Konrad, deutscher Kanzler, bereits erwähnt. Mein Urteil ist, dass ein Amerikaner, der ein Katholik ist, der so sensibel ist, wie ein Katholik sein muss, der dieses hohe Amt anstrebt. Ich muss mal ganz kurz was einwerfen. Der letzte Satz. Wir hatten zwei Vorsitzende des obersten Gerichtshofs, die Katholiken waren. Heutzutage sind meines Wissens nach sieben Katholiken im obersten amerikanischen Gerichtshof. Das Supreme Court. Schaut das mal nach. Sechs oder sieben. Da sind auch noch Juden dabei. Es ist kein einziger Protestant dabei. Der Unterschied zwischen 1960 und 2021. Ja, im Prinzip ist es dann tatsächlich so, dass es überall rauskommt, dass die Menschen halt Angst haben durch die Beeinflussung des Vatikans. Und er schmettert das jedes Mal ab. Und dann die Beeinflussung des Vatikans. Da komme ich nochmal eben zurück auf Herrscher des Bösen. Kapitel 1. Macht euch einfach mal die Mühe. Geht auf archive.org, auf meine Bibliothek. Schaut euch die deutsche Version von Herrscher des Bösen an. Lasst all die Kapitel links liegen. Lasst das Vorwort und die ganzen Dinge liegen. Lest einfach nur das erste Kapitel. Und wenn ihr das erste Kapitel zurückweisen könnt als Lüge, dann ist das Buch ganz großer Mist. Aber wenn ihr feststellt, dass das leider die Wahrheit ist, dann hat auch diese Lesung und das, was wir hier von Kennedy lesen, auf einmal einen ganz anderen Stellenwert. Nächste Frage? Genau. Senator Kennedy. B. E. Howard, Pfarrer der Church of Christ. Zunächst möchte ich einige maßgebliche Zitate aus katholischen Quellen zitieren und dann eine Frage vorschlagen. Damit eine falsche Aussage, die einem, der kein Recht auf die Wahrheit hat, bewusst gemacht wird, keine Lüge ist. Katholische Enzyklopädie, Band 10, Seite 696. Da ist immer die Frage, welche Ausgabe. Ich habe die Katholische Enzyklopädie von 1907 bis 1913 hier im Original stehen. Da sind viele Dinge anders als in späteren Ausgaben und es gab in der Zwischenzeit noch eine neue Ausgabe. Ich glaube aus den 50er Jahren oder sowas. Zitat. Allerdings sind wir auch verpflichtet, Geheimnisse treu zu bewahren und manchmal ist der einfachste Weg, diese Pflicht zu erfüllen, zu sagen, was falsch ist oder zu lügen. Katholische Enzyklopädie, Band 10, Seite 195. Zitat. Wenn geistige Vorbehalte zulässig sind, ist es zulässig, seine Äußerungen durch einen Eid zu bestätigen, wenn ein hinreichender Grund vorliegt. Artikel über Mein Eid, Perjury, Katholische Enzyklopädie, Band 11, Seite 696. Und aus der Erklärung der katholischen Moral, Seite 130, lesen wir, Zitat, die Wahrheit, die wir unter Eid verkünden, ist relativ und nicht absolut. Absolut richtig. Weswegen ich mir jetzt aus der katholischen Enzyklopädie, Seite 195, eben genau diese mentale Reservation rausgesucht habe. Und dafür sind eigentlich die Jesuiten auch sehr bekannt. Ja, es gibt ja verschiedene römisch-katholische Moral-Aposteln, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel Liguri, Busenbaum, Suarez und nennen sie mal alle auf, die allesamt darüber geschrieben haben. Nun, interessant ist, Michael, ich werde es mal kurz erwähnen, ich habe vor einigen Monaten ein Buch bestellt, das mir heute zugekommen ist, weil es Probleme gab, das aus England zu importieren. Das ist Summa Theologica, das kennst du, ne? Das ist die Fünfbände von Sir Thomas Aquinas, geschrieben in den 1260er Jahren. Ein fünfbandstarkes Werk, das hier eine zusammengefasste Übersetzung ins Englische ist, bei Timothy McDermott. Hat mich ein paar Pfund gekostet, ein paar Euro gekostet. Das Buch hat anscheinend hier so 650 Seiten. Das ist heute zugekommen und da ist das natürlich, das ist eine der Grundlagen der verschiedenen Morallehrer, die ich gerade genannt habe, von Sir Thomas Aquinas. Nun, es ist interessant, ich habe durch Zufall, man kriegt so ein Buch, man schlägt eine Seite auf, ich habe zufälligerweise heute als erstes Seite 190 aufgeschlagen und das erste, was ich da sehe, ist Choosing Presupposed Reason, Deciding What to Do. Ja, also sich voreingenommene Gründe gebrauchen, um zu entscheiden, was man tut oder was man eben auch schwört in diesem Fall. Ja, das ist genau das andere, was wir hier jetzt haben unter der mentalen Reservation. Entschuldigung, ich muss das mal eben einfügen. Du kriegst so ein Buch, du schlägst das zufällig auf einer Seite auf und sagst vielleicht, das Ding muss ich gleich mal lesen. Da habe ich mir gleich ein Lesezeichen reingemacht, die Seite werde ich mal lesen. Es ist schade, dass es so etwas nicht in Deutsch gibt. Summa Theologica, eine gekürzte Übersetzung ins Deutsch oder eine zusammengefasste Übersetzung, das ist Concise Translation, aber das wird wieder eine Arbeit werden, das in ein paar Monaten nochmal ein bisschen durchzuarbeiten. Mentale Reservation, ja, darüber haben wir, glaube ich, in meinen Videos oft genug gesprochen, unter anderem auch mit dem Krönungseid. Ja, aber hier steht es eben genau drin, ich kann es jetzt nicht markieren hier, weil es eine komplette, kopierte Seite ist, aber hier steht also However, we are also under obligation to keep secrets faithfully and sometimes the easiest way of fulfilling their duty is to say what is false or to tell a lie. Also ganz klar, das Einfachste, um also seine Pflicht zu erfüllen, ist eben irgendetwas Falsches zu sagen oder direkt eine Lüge zu erklären. Das Zitat, was er gesagt hat. Ist natürlich direkt in Opposition zu den Zehn Geboten. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Also von daher sieht man also einfach schon, dass die Quelle dieses Werkes eben nicht die Bibel sein kann, sondern etwas Menschliches. Also es menschelt da so sehr. Weil Gott sagt ja in den Zehn Geboten hier, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Ja, und jetzt sagt uns die Katholizismus ist eben kein Christentum. Ja, eben. Und deswegen sagen die jetzt hier einfach nur, ja, dann sag eben irgendetwas Falsches oder dann lügt direkt. Es geht ja schon damit los. Der Satz sagt ja, wie auch immer, was ist hier? Wie auch immer, wir sind unter der Verpflichtung, Geheimnisse treu zu bewahren. Was sagt denn die Bibel darüber, über Geheimnisse? Da fängt es doch schon mal an. Ja, ja, das ist klar. Das ist doch schon, das ist doch schon. Ich meine, Summa Theologica ist ja dafür bekannt, dass es alles zusammenmixen, die Holy und die Profane, also das Heilige und das Profane. Und das ist ja hier direkt benutzt worden, hier Summa 1235 von dem Heiligen Rehmund und so weiter, dann zitiert er jetzt hier von dem Heiligen Augustinius und so weiter und so fort. Hat das alles mit der Bibel nichts mehr zu tun? Nein, das sind halt die römisch- katholischen Heiligen, der Doktoren übrigens, der St. Thomas Aquinas ist ein Doktor der römisch-katholischen Kirche. Das heißt nicht, dass er irgendwelche Impfungen gegeben hat, sondern das heißt, dass er ein theologischer Doktor ist. Das sind die schlimmsten. Ja, 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 ja. Ja, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Sir, unterschreiben Sie die Doktrin der geistigen Zurückhaltung, also Mental Reservation, die ich von den katholischen Behörden zitiert habe? Unterwerfen Sie sich der Autorität des gegenwärtigen Papstes, aus der ich in diesen Zitaten zitiert habe? Ja, und die Antwort von Kennedy ist jetzt sehr interessant. Er sagt, nun lassen Sie mich zunächst sagen, dass ich diese katholische Enzyklopädie nicht gelesen habe. Also jetzt kommt typisch der Politiker raus, nach dem Motto, ja, ich brauchte erst mal Bedenkenzeit und nicht alle Zitate kenne, die sie mir geben. Ich stimme der Aussage nicht zu. Also er distanziert sich jetzt schon wieder davon. Es fällt mir nicht schwer, dies zu sagen. Ich denke, wahrscheinlich könnte ich einen besseren Kommentar abgeben, wenn ich das gesamte Zitat vor mir hätte. Aber auf jeden Fall habe ich es noch nie gelesen. Wenn das Zitat andeuten soll, dass Sie es nicht so meinen, wenn Sie einen Eid leisten oder dass es angemessen ist, einen Eid zu leisten und ihn dann zu brechen, dass es richtig ist, dass Sie lügen. Und wenn dies der Fall ist, und ich weiß nicht, ob es da so steht, es sei denn, ich lese alles im Kontext, dann würde ich dem natürlich nicht zustimmen. Also um den Satz zu verkürzen, ist der, er möchte eben die Wahrheit sagen und er möchte eben dafür gewählt werden, um das Volk zu repräsentieren und eben nicht irgendein. Ich sage es mal, ich sage es mal mit anderen Worten, Michael, ganz kurz. Kennedy sagt hier, dass er kein Katholik ist. Wenn, ja, wenn, wie wir in Flämisch so schön sagen, als Pünce über Palce kommt, also wenn es wirklich drauf ankommt, um was es geht, dann sagt er, ich kann mich mit dieser Moral, die der Stammborm der Kirche ist, der ich angehöre, dieser Moral kann ich mich nicht anschließen. Wenn er sich der nicht anschließen kann, dann ist er kein Katholik. Dann ist er ein liberaler Katholik. Und was mit liberalen Katholiken passiert, das haben wir ja gesehen bei den Lesungen hinter den Diktatoren zum Beispiel, was mit den liberalen Katholiken in Deutschland passierte, diejenigen, die nicht streng auf der trentinischen Seite sind, also der Seite des Konzils von Trient zwischen 1545 und 1563, die sind keine wahren Katholiken und werden auch abgeschafft werden, wie auch immer das passieren wird. Also von daher, Kennedy sagt mit der Antwort, sagt er ganz deutlich, ich bin eigentlich gar kein Katholik. Ich bin genau so ein Christ, wie die meisten Evangelikalen, die meisten Protestanten, die zwar in eine protestantische Kirche gehen, aber die nicht wissen, was sie protestieren. Ja und deswegen habe ich jetzt hier so die Kernaussage mal hier als Antwort stehen lassen, dann sagt er ganz klar, dass er sich nicht reinreden lassen wird. Und das ist eben genau seine Krux. Um gewählt zu werden, muss er das sagen, aber um Präsident zu bleiben, muss er das dann auch tun. Also was soll man sagen, ein Tod muss er sterben? Entweder würde er ein heuchlerischer Präsident werden und würde dann doch alles für den Vatikan tun und wäre dann die Puppe von jemand anderem oder unter der Hierarchie seines Kardinals. Oder aber er wäre ein Präsident, der aber dann letzten Endes mit seiner Glaubenstradition bricht. Er sagt ganz einfach hier, wenn sie damit meinen, dass der Papst oder irgendjemand sonst mich bei der Erfüllung durch eine Erklärung, bei der Erfüllung meiner öffentlichen Pflichten binden könnte, dann sage ich Nein. Also noch nicht mal der Papst. Er sagt Nein. Wir werden später sehen, dass es ein Eiertanz gewesen ist, ohne Ende. Aber erst später, bitte. Das müssen wir einigermaßen chronologisch machen, sonst führt das zu nichts. Danke, Herr Kennedy. Dann stimmen Sie dieser Aussage dem Papst nicht zu. Ja, und jetzt siehst du den nächsten Eiertanz. Sehen Sie, deshalb war ich, wollte vorsichtig sein, denn diese Aussage, so scheint mir, ist aus dem Zusammenhang gerissen, den Sie mir gegenüber gemacht haben. Ich könnte Ihnen nicht sagen, was der Papst meinte, wenn ich nicht den gesamten Artikel hätte und so weiter und so weiter und so weiter. Ich möchte Ihnen gerne mitteilen, dass mich niemand bei der Erfüllung meiner Pflichten als Beamter gemäß der Verfassung der Vereinigten Staaten anleiten kann. Ja, klar, wie denn auch, weil er der Präsident wäre. Das soll ich den Menschen in den Vereinigten Staaten anvertrauen, denen ich geschworen habe, einen Eid auf Gott zu leisten. Die Frage ist immer, welcher Gott, ne? Das ist jetzt meine flache oder verkürzte Aussage. Ich möchte nicht auf einen Satz eingehen, den Sie mir vorlesen und den ich vielleicht nicht ganz verstehe, wo der Satz ja auch so schwierig gewesen ist, ne? Ach, ja, ja. Ja, und einen Eid auf Gott zu leisten, da wissen wir ja, was das Neue Testament an zwei verschiedenen Stellen darüber sagt, ne? Ja, und jetzt guck mal, guck mal. Soweit ich weiß, deswegen die Frage, soweit ich weiß, haben sie nichts erklärt. Also, mit allen Worten, viel Worte, aber erklärt haben sie nichts. Genau. Er hat sich nicht offiziell gegen den Papst gestellt in dem Moment. Er hat also rumgeeiert, hat gesagt, ich kenne den Wortlaut nicht, ich möchte mir kein weiteres Zitat. Kann man ja auf der einen Seite auch verstehen, aber ich denke, er war schon klar genug auch, ne? Ja. Senator Kennedy, ich bin Robert McLaren von der Westminster Presbyterian Church hier in Houston, Texas. Sie haben sich in dieser Frage der Trennung von Kirche und Staat sehr klar rausgedrückt und ich denke, das ist lobenswert. Und sie haben die vielen Fragen, die dazu aufgekommen sind, sehr freundlich beantwortet. Es gibt jedoch eine Frage, die mir ziemlich relevant erscheint. Und dies bezieht sich auf ihre Aussage, dass sie dieses Amt niederlegen würden, wenn es in einem wirklichen Konflikt mit ihrer Kirche stünde, wenn sie durch irgendeine entfernte Möglichkeit einen echten Konflikt zwischen ihrem Amtseid als Präsident feststellen würden. Antwort Senator Kennedy, nein, sagte ich mit meinem Gewissen. Mit ihrem Gewissen? Im Lehrplan der Irrtümer von Papst Leo dem Neunten, äh, Pius dem Neunten, oder nicht? Leo dem Neunten, ist das jetzt ein Druckfehler oder was? Föderbus auf Eros wäre das jetzt, ne? Ja, das wäre dann, äh, Pius der Neunte, deswegen sage ich das, ja. Ähm, das ist Pius der Neunte, 1864, habe ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, ja. Also mit ihrem Gewissen. Im Lehrplan der Irrtümer, also im Syllabus der Fehler von Papst Pius dem Neunten in der katholischen Enzyklopädie noch immer für alle Katholiken verbindlich, obwohl er aus einem anderen Jahrhundert stammt, mit dem vorhergehenden, werden drei sehr spezifische Dinge angeprangert. Darunter die Trennung von Staat und Kirche, die Freiheit anderer als katholische Religionen sich zu verbreiten und die Gewissensfreiheit. Haben Sie immer noch das Gefühl, dass Sie in diesen Fragen Ihren Amtseid über Ihre Loyalität gegenüber dem Papst stellen? Ja, der Kennedy antwortet jetzt, äh, mal wieder ausweichen und sagt, äh, nicht ja oder nein, ne? Sondern er sagt, lassen Sie uns die Themen durchgehen. Ich glaube nicht, dass es bei diesen drei Themen einen Konflikt gibt. Das erste Thema, so wie ich es verstehe, war die Beziehung zwischen Katholiken und dem Staat und anderen Glaubensrichtungen. Nein, nein, nein. Die Trennung von Kirche und Staat hält er ausdrücklich für falsch. Also mit anderen Worten, um da nochmal kurz drauf einzugehen, was der Fragesteller hier jetzt gerade sagt. Die Trennung von Staat und Kirche hält er ausdrücklich falsch. Kennedy kann nicht als Präsident als Privatmensch katholisch und als Präsident unreligiös sein. Ja, Kennedy sagt, ich unterstütze das. Und meines Erachtens hat die Erklärung der amerikanischen Bischöfe von 1948 dies eindeutig unterstützt. Das ist meines Erachtens die Ansicht der Katholiken in diesem Land. Ansichten, ne? Sie befürworten die verfassungsmäßige Trennung von Kirche und Staat und sie irren sich in dieser Hinsicht nicht. Das zweite war das Recht der anderen Religionen als der römisch-katholischen sich zu verbreiten. Antwort Kennedy, ich denke, dass es ihnen erlaubt sein sollte, sich selbst und jeden Glauben zu verbreiten, ohne jegliche Einschränkung durch die Staatsgewalt oder Ermutigung durch die Staatsgewalt. Was ist der dritte? Das dritte war die Gewissensfreiheit in Religionsfragen. Und das erstreckt sich meines Sachen auch in Punkt 46 auf die Geistesfreiheit im Bereich der Wissenschaft. Das ist ein Teil. Also Geistesfreiheit im Bereich der Wissenschaft, ganz aktuelles Thema heute. Kennedy sagt, ich glaube an die Gewissensfreiheit. Lassen Sie mich nur, ich denke, unsere Zeit neigt sich im Ende. Ich glaube daran. Lassen Sie mich abschließend sagen, dass ich mich freue, heute hierher zu kommen. Ich möchte nicht, dass jemand denkt, weil er mich zu dieser sehr wichtigen Frage verhört, dass ich das für unfair oder unvernünftig halte oder dass jemand, der sich um die Sache kümmert, voreingenommen oder bigott ist. Ich denke, dieser Kampf für Religionsfreiheit ist grundlegend für die Etablierung des amerikanischen Systems. Und daher sollte sich, denke ich, jeder Kandidat für das Amt den Fragen eines vernünftigen Mannes unterwerfen. Meine einzige Einwand wäre, meine einzige Einschränkung wäre, dass wenn jemand unabhängig von der Position von Senator Kennedy sagen würde, unabhängig davon, wie viele Beweise er liefert, dass das, was er sagt, er meint, ich ihn immer noch nicht wählen würde, wäre er ein Mitglied dieser Kirche. Das würde ich für unvernünftig halten. Was ich für vernünftig und eine Ausübung des freien Willens und der freien, nach der freien Willens hier, und der freien Wahlhalte ist, den Kandidaten aufzufordern, seine Ansichten so weit wie möglich zu äußern, seine Aufzeichnungen zu untersuchen, um zu sehen, ob er sagt, dass er glaubt und dann ein unabhängiges, rationales Urteil zu fällen, ob er mit dieser hochwichtigen Position betraut werden könnte. Also er extrudiert da schon wieder die Religion. Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich Ihnen für die Einladung heute Abend dankbar bin. Ich bin sicher, dass ich keine Konvertierten zu meiner Kirche gemacht habe. Ich hoffe, ich hoffe, dass das war zumindest, dass das zumindest meine Ansicht war. Das ist hier total beknackt übersetzt. Aber was ich damit sagen will, ist letzten Endes aus diesem ganzen Interview, was wir jetzt hier haben, können wir eigentlich daraus erkennen, dass er nur Präsident wird, wenn er den Amerikanern Glaub hat, versichert, dass er für eine Trennung zwischen Kirche und Staat eintritt. So, darf ich jetzt noch mal kurz was sagen? Ja. Scroll noch mal bitte kurz zurück. Du hast den freien Willen da rot angestrichen. Das ist natürlich auch richtig im Sinne von der Stunde der Wahrheit. Aber wir müssen natürlich bedenken, Kennedy sagt ja von sich selber, er ist Katholik. Und die Doktrin des freien Willens ist eine katholische Doktrin. Also von daher ist es natürlich in Ordnung, dass er das sagt. Wir müssen da natürlich nur im rechtmäßigen Sinn darauf hinweisen, dass es nicht so ist. Nun, es ist ein sehr interessanter Fragenkatalog. Es wäre vielleicht wirklich mal interessant, das vernünftig zu besetzen und da eine eigene Sendung noch mal extra von Kennedy jetzt wegzumachen und das wirklich mal zu analysieren. Aber darf ich dir mal eben sagen, Michael, die ganzen Leute, die da die Fragen gestellt haben, ich hatte es ja gesagt, Baptist Church und so weiter, Freimaurer und so weiter, die haben die wichtigste Frage, haben sie gar nicht gestellt. Und ich will dich jetzt natürlich nicht in die Falle laufen lassen sozusagen, was ist die wichtigste Frage, da kannst du jetzt schwierig darauf kommen. Ich sage es mal so. Bevor die Vereinigten Staaten von Amerika gegründet wurden, waren es 13 Kolonien. In diesen 13 Kolonien galten bestimmte, hauptsächlich puritanische, was Religiosität angeht, Gesetze. Diese Gesetze verbaten Katholiken, öffentliche Ämter zu bekleiden. Warum haben Katholiken keine öffentlichen Ämter bekleiden dürfen in der Zeit der Kolonien vor der Gründung der Vereinigten Staaten in den 1780er Jahren? 1789 trat, glaube ich, die Verfassung in Kraft. 1776 war ja nur die Unabhängigkeitserklärung. Weil die Leute, die damals in Amerika wohnten, geflüchtet waren vor der Verfolgung des Papstes aus Europa. Weil die wussten, dass Katholiken nicht nur religiös sind, sondern politischer Macht nachstreben. Dass Politik untrennbar mit der Religion des Katholizismus verbunden ist. Und dass nicht nur die Politik damit verbunden ist, sondern dass die Beherrschung der Politik ihr gestecktes Ziel ist. Dass sie immer nur für einen ausländischen Potentaten agieren. Den Papst nämlich. Ausländisch, weil der sitzt in Rom. Und deswegen wurde in Amerika Katholiken verboten, politische Ämter zu bekleiden. Und was ist dann jetzt die wichtige Frage? Ja, warum hat denn keiner gefragt, Herr Kennedy, warum wollen Sie als Katholik ein Amt bekleiden, das Ihnen in der Geschichte der Vereinigten Staaten verboten wurde, dass Katholiken öffentliche Ämter bekleiden? Warum wurde das damals verboten und heute streben Sie und, da hätte man Sie aufnennen können, die und die und die Personen, alle Katholiken, nach öffentlichen Ämtern? Ja, das fände ich allerdings als unfair dem Kennedy gegenüber, denn die Frage hätte man ja dann schon dem L. Smith stellen müssen. Ja, hätte man dem L. Smith stellen müssen. Nur der L. Smith ist ja in seiner, sag ich jetzt mal, in seiner Kandidatur gar nicht so weit vorgedrungen, wie jetzt der Kennedy zum Beispiel. Und außerdem machen wir jetzt keine Sendung über den L. Smith, sondern wir machen eine Sendung über Kennedy. Ja, nur, wenn er nicht groß geworden ist und der L. Smith vorher schon als Präsidentschaftskandidat sich da hat aufstellen lassen, dann ist der Kennedy nur zwangsläufig der Nachfolger von L. Smith, aber nicht derjenige, der als erster sich quasi die Frechheit herausnimmt, etwas anzustreben, was ihm gar nicht zugesteht. Verstehst du? Der Punkt, den ich machen wollte, Michael, ist der folgende. Das sind alles Fragen, die gestellt werden von sogenannten protestantischen Kirchen. Und kein einziger dieser protestantischen Kirchen legt das besser auf die Wunde. Durch zu sagen, Katholiken dürfen keine öffentlichen Ämter bekleiden, weil Katholiken dienen nur dem Papst. Der Kennedy wird hier dann angelegt, aber er wird nicht auf den geschichtlichen Fall, also auf die Geschichte angesprochen, wie es früher war, wo ganz deutlich stand. Religionsfreiheit wird hier angeholt. Ja, aber Amerika hatte keine Religionsfreiheit, bevor es Amerika wurde. Eben um die Freiheit, die Religionsfreiheit der Protestanten zu garantieren. Das ist eigentlich der Punkt. Die ganzen Leute, die hier die Fragen stellen, sind alles protestantische, zwischen Anführungszeichen, Wirbenträger. Und keiner stellt die Frage, die ihn wirklich gebrannt magt hätte. Der Punkt in dem Interview ist allerdings derjenige, dass der Kennedy nur aus diesem Grunde gewählt worden ist, meiner Meinung nach, dass er den Menschen hat glaubhaft versichern können, dass er glaubhaft rübergekommen ist und hat den Leuten gesagt, nee, nee, ich lasse mir von jemanden reinwählen, ich bin euer Präsident und nicht der Präsident vom Vatikan. Und ich glaube, dass das eben auch die Erwartungshaltung gewesen ist der amerikanischen Öffentlichkeit, dass sie gesagt hat, jetzt haben wir den Jungen da schon reingewählt, jetzt muss er doch irgendwie Jud machen. Und das ist eben der Eiertanz, den der Herr Kennedy da die ganze Zeit verführt, der, wie wir wissen, aus einem erzrömisch-katholischen irischen Haushalt kommt, wo ja alle denselben Glauben haben und wo er ja noch, dann haben wir ja eben gesehen, eingangs 1939 beim Papst gewesen ist, also ungefähr 20 Jahre vorher. Er ist jetzt derjenige, der für die demokratische Partei dann da kandidiert und er ist derjenige, der jetzt den Menschen Glauben hat, versichern soll, um gewählt zu werden, dass also das überhaupt kein Problem ist, wenn jetzt ein Katholik das oberste Amt in der amerikanischen Hierarchie da bekleidet, weil er Kirche und Politik trennen könnte. Wie das funktioniert, sehen wir auf diesem Bild. Ja, und wenn er halt sagt, ich würde keine geistigen Reservationen zupassen, das kann er sagen, aber das kann er auch nur sagen, wenn er geistige Reservationen zupasst. Verstehst du? Ja, die Frage ist jetzt halt einfach, wie groß ist jetzt der Einfluss der Kirche auf sein Amt? Und die andere Frage ist halt einfach, kann der Herr Kennedy sein Wort halten gegenüber der amerikanischen Öffentlichkeit, dass er die Kirche aus seiner Politik raushält? Denn das ist ja letzten Endes seine Lebensversicherung für die Präsidentschaft. Der wäre ja garantiert nicht wiedergewählt worden. Wir erinnern uns mal daran, dass der 1963 in Dallas gewesen ist und der wäre ja nicht wiedergewählt worden, wenn er jetzt in seiner ersten Präsidentschaft jetzt solche Spirenzen gemacht hätte und hätte da an Hof nichts gemacht vor jedem Bischof, der ihm da entgegengekommen wäre. Und das ist die Geschichte dazu eben, die Geschichte vor der Geschichte, die Geschichte, die ja noch viel weiter geht. Hier sehen wir jetzt ja genau dieses Al-Smith-Dinner, was ja dann zu Ehren des ersten katholischen Möchtegern-Präsidenten aus den 30er Jahren jetzt da eben gehalten wird. Und das allererste, das allererste Dinner, also Abendessen sozusagen 1916, hier steht der, it was the first year, also das war das erste Jahr, wo die beiden Präsidentschaftskandidaten eben genau dieses Abendessen besucht haben, genau flankiert von dem Kardinal Francis J. Spellman. Also genau derjenige, der in der letzten Folge dem Herrn Kennedy einen Brief geschrieben hat und genau derjenige, mit dem der Papa von John F. Kennedy damals diese Immobiliengeschäfte gemacht hat, weil der hat sich ja für die Erzdiözese New York die Immobiliengeschäfte dann da halt abgewickelt. Das ist das erste Jahr von John F. Kennedy, 1960. Das ist nur schwarz-weiß, es tut mir leid, ich habe es nicht in Farbe gefunden. Das ist übrigens der Herr Nixon, der übrigens auch ganz viel mit dem Herrn Kennedy zu tun hat und der später mal zum Präsidenten geworden ist, was übrigens auch ein Schicksal ist, dass ganz viele Menschen im engsten Umfeld von Kennedy ereilt haben. Die sind also dann nach dem Tod von Kennedy Präsidenten geworden. Ist nicht nur der Herr Nixon, sondern auch andere. Also das ist das erste Bild von 1960 und das ist das, wir machen jetzt auch noch fünf Minuten, aber das ist das erste Bild von 1960. Wo wir direkt stehen, guck mal hier, bei dem Dinner ist jetzt hier schon der Kardinal dabei. Also religiös, hierarchisch sein Oberhaupt. Religiös, nicht weltlich jetzt erstmal, aber erstmal so religiös für die Menschen. Deswegen haben wir hier so einen schönen römischen Laurel, also nicht Stan Laurel, der hat seinen Namen davon, aber sein Lorbeerkranz. Genau, das ist das erste Essen von 1960. Aber das geht jetzt hier lockerflockig weiter. Da seht ihr jetzt hier den nächsten Kardinal Igan, müsste das sein, welchen im Kopf haben, mit George W. Bush und dem Al Gore, der Mann, der unheimlich wichtig im Klima unterwegs ist. Also da sehen wir jetzt auch genau bei diesem Dinner werden sich immer die beiden Präsidentschaftskandidaten dann halt da begrüßen. Ja, und da haben wir noch mehrere Menschen dabei. Da haben wir jetzt hier den Obama. Und alle freuen sich alles in bester Laune. Die wissen alle genau, warum. Ja. Und wenn er jetzt hier so ein bisschen aussieht wie Superman, ist das letzten Endes dann auch wiederum Programm. Der ist mich eigentlich der Superman in der Runde hier. McCain ist der andere, meine ich. Obama, McCain. Ja, richtig, genau. Ja, aber das ist halt der Superman, der jetzt in der Mitte sitzt. Der passt dann auf, dass die beiden nicht bekriegen. Also der passt dann auf in der Mitte. Das ist derjenige, der den Ball flach hält, sozusagen. Und das haben wir jetzt weiter. Also auch bei der Hillary Clinton und bei dem Trump und so weiter und so fort. Da hat man also eine ganze Menge zu lachen. Und Timothy Dolan dann, der Erzbischof von New York. Ich wollte es nochmal sagen. Also da habt ihr jetzt hier verschiedene Dinner zusammen. Und ihr seht, immer ein Thema ist immer vorherrschend. Der Kardinal oder der Erzbischof von New York in dem Falle, der sitzt immer in der Mitte. Der ist der Mittelpunkt. Ganz einfach. Ist der Mittelpunkt. Ja, da habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Im Englischen. Viertelstunde lang ungefähr. They are laughing at you. Könnt ihr auch meinen Kanal euch mal anschauen. Oder wir machen vielleicht den Link dazu hier auch noch in die Beschreibungsbox mit rein. Ja, guck mal. Das Dinner wurde zum ersten Mal noch zu 1946 gehalten. Nämlich genau schon wieder bei dem Kardinal Joseph Spelman eben zu Ehren des Andenkens oder in Gedenken zu dem Alfredismus, dem demokratischen, also aus derselben Partei wie Kennedy, ja, auch den demokratischen, da gibt es ja nur zwei Parteien, der demokratische Gouverneur von New York, der eben für die Präsidentschaft 1928 kandidiert hat. Ich habe eben, glaube ich, gesagt 30er-Jahre, da war schon 28. Der ist 1944 gestorben. Zwei Jahre später hat der ein Gedächtnisabendessen bekommen. Und 1960 war eben dann Kennedy derjenige, der auf dem ersten Mal dann eben mit den anderen Kandidaten da zusammengesessen hat. Und jetzt habe das endlich mal in Farbe, so dass das ein bisschen lebendiger aussieht. Da habt ihr die beiden Kandidaten, die beiden Kandidaten haben sich dann duelliert im Fernsehen, also zumindest für die Öffentlichkeit. Und der Kennedy hat dann gewonnen. Das hätten wir den ja nicht als Präsident gehabt. Und alle freuen sich und es ist eine große Show, die da abgezogen wird. Ja, ich glaube, mit dem Bild verabschieden wir uns für heute. Das war die elfte und sehr umfangreiche Folge. Und in der nächsten Folge geht es dann halt weiter im Programm, auch chronologisch im Programm, mit einer Sache, glaube ich, mit denen kaum einer rechnet. Aber bei uns muss man eben mit allem rechnen. Und wir müssen auch mit allem rechnen, dass letzten Endes nicht genau die Menschen, die uns vorgesetzt werden, etwas zu sagen haben, sondern die Menschen im Hintergrund. Um Präsident zu werden, brauchst du eine ganze Menge Beziehungen und drei Sachen Geld, Geld und noch mehr Geld. Und jetzt überlege ich gerade, wer so das meiste Geld auf dieser Welt hat, um beispielsweise einen Wahlkampf zu führen. Und mit den Gedanken gebe ich jetzt weiter an den Jörg und danke für euer Ausharren, für euer Zuschauen und freue mich auf eure Teilnahme beim nächsten Mal. Gott schütze euch. Also ich habe jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen, weil ich habe in dieser Sendung mehr gesagt als in allen anderen Sendungen zusammen, glaube ich, bis jetzt. Ich habe den Michael weniger ans Wort kommen lassen, wofür ich mich mal ein bisschen entschuldigen muss. Aber das ist halt nicht geskriptet. Und wenn mir die Dinge dann auf einmal so einfallen, dann muss ich sie eben bringen. Und man sieht, glaube ich, ganz deutlich sich ja mit dem Frage-Antwort-Spiel, was hier zwischen Kennedy und den sogenannten protestantischen Pastoren und alles da gelaufen ist, da sieht man doch auch wieder, wie hier um den heißen Brei rumgetanzt wird. Selbst auf den Syllabus der Fehler angespielt, sagt er von, ja, das kenne ich nicht, da erinnere ich mich nicht dran, da weiß ich dies nicht, da weiß ich das nicht. Kennedy ist in der Hinsicht, so kann man das beschließen, nach dem, was wir jetzt gelesen haben, genauso ein Katholik, der nicht weiß, was katholisch heißt, wie viele Protestanten, die in die protestantische Kirche gehen und nicht wissen, was protestantisch heißt, die nicht wissen, was sie protestieren. Wie gesagt, wenn in diesem Interview einige Fragen auf eine andere Art und Weise gestellt worden wären, wenn zum Beispiel sich doch mal ein protestantischer Pastor dazu hingerissen hätte, den Papst nicht als Papst, sondern als Antichristen dort zu titulieren und dort wichtige Schriften aus der Bibel angeholt hätte, wichtige Zitate aus der Bibel angeholt hätte, dann wäre so ein Interview ganz anders gelaufen. Aber es passiert in der Politik halt nichts, was nicht so geplant ist und das war nicht so geplant und deswegen läuft es auch nicht. Es gibt immer hier und da den Anschein von, guck mal, sie sind so dicht bei, sie sind so dicht bei, sie kratzen fast an der Oberfläche und dann gehen sie wieder weiter und lassen es wieder liegen. Eine vertane Chance. Und von vertanen Chancen, glaube ich, werden wir noch viel sprechen in der Karriere von den Kennedys, haben wir ja bereits, und werden wir auch noch drüber sprechen. Und es ist so, dass eben diese Chancen im Grunde gar keine sind. Das sind nur solche Möhren, die einem Esel vorgehalten werden, dass er lostrabt, weil er will ja die Möhre kriegen, die wir am Stab ihm vor die Nase halten. Und so ist das hier auch. Den Politikern werden solche Möhren vorgehalten und vor allen Dingen dem Publikum werden solche Möhren vorgehalten, nach dem Motto von folgt uns, folgt uns, folgt uns, wir haben die Wahrheit und wir verkaufen sie euch. Aber wir erzählen euch die Wahrheit nur mit geistigen Vorbehalten. Und das erzählen wir euch nicht. Und um das zu wissen, muss man halt ein wenig studieren. Das hilft, andere Videos von mir und auch von Michael früher gesehen zu haben, um zu einem besseren Verständnis dieser Lesung von heute zu kommen. Jetzt wollte ich gar kein Schlusswort machen. Jetzt habe ich es doch wieder ein paar Minuten gemacht. Wie gesagt, ich habe Michael ein bisschen die Leitung hier heute genommen, aber ich fand es auch nicht unwichtig, was ich da zu sagen hatte. Und ich hoffe, dass ihr das schätzt, dass Michael und ich auf diese Art und Weise zusammenarbeiten. Wir haben uns das Brüder in Christus immer noch lieb, auch wenn ich da mal so ein wenig das Zepter an mich genommen habe. Aber das war schon wichtig, das mal zu machen. Jetzt das Bild ganz groß. Bitteschön. Ich verabschiede mich und sage nur, lest eure Bibel. Bis zum nächsten Mal. Maranatha. Brother. Brother, du hast mich betrogen, aber ich denke bitte. Und deremin noten können in die Welt der Stärkung derieza Investment seitlos. And who knoweth us So many think God does not see their sin Woe to those who think they can hide from him God is grieving, he knows and he's seen Isaiah 29, verse 15 Woe unto them that seek deep To hide their counsel from the Lord And their works are in the dark And they say, who seeth us and who knoweth us The eyes of the Lord are everywhere Beholding the evil and good Walk in the light Don't try to hide from the Lord Woe unto them that seek deep To hide their counsel from the Lord And their works are in the dark And they say, who seeth us And who knoweth us And who knoweth us And who knoweth us Vielen Dank.